unser liebesbrecher ist es ist ja praktisch unser lampe wieder ich bin der lampenmann es war jetzt kein hinweis blatt wir safen noch mal ab jetzt müssen wir noch mal rauf wenn es schief geht in die hosen geht und wir werden noch mal aufgehen auf die treppen da kann man jetzt nicht lang und runter von den treppen und hier irgendwie gibt es da noch etwas ein hinweis das hört sich gut an ich glaube er wird auch bald kommen jetzt hier waren wir dann gehen wir zum nächsten ich habe das gefühl hier wird es wieder auftauchen naja wenigstens ist der strom hier noch da bei den laternen oben so haben wir ein code haben wir ein code wo war das 11 37 ja endlich kommen wir durch so der mond ist hell mein knoppers ist da soll das keine wirkung auf knoppers sein das ist jetzt so muss man da lang ich hatte halt mich immer auf knoppers ein kleines frühstück hier zwischendurch so naja das bin ich Gott sei dank sonst hätten wir ein problem gehen wir mal rein hier so ja wie geht es weiter scheint mal nichts bis jetzt zu sein stehe ich zwar jetzt nicht so ganz gehen wir mal hier was machen wir das an das betten ich bin der sergeant schläft ja alle schon ich denke nicht klang ich bin der soldier ich bin der sergeant kalkter ist das vielleicht ich bin der sergeant und ich bin der sergeant und ich bin der sergeant gewillt aber ich bin der sergeant , ich bin der sergeant die Leuchte, dunkel das Sternchen. Später ist, wenn ich mein Let's Play Ended habe, Kaffee Time. Das wäre wieder was. Ein kleines Griffchen. Das Käppchen. Oh, nein! Ne, ist immer noch hier. Oh, er ist weg. Da haben wir ein Glück gehabt hier. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das werden wir eher bei der nächsten Folge machen. Was möchte ich denn speichern? Ich bin da rein. Ich bin da rein. Ich bin da rein. aber wir können abspeichern so dann würde ich sagen bis demnächst euer trecky wir suchen das auto